Es ist das Comeback des Jahres bei vielleicht dem Autorenne des Jahres schlechthin. Am letzten Augustwochenende kehrt die Gruppe C zurück nach Hockenheim. Im Rahmen des Bosch Hockenheim Historik werden die legendären Sportprototypen von den 24 Stunden von Le Mans, aus der Sportwagen-Weltmeisterschaft, aus der Insa-Serie und der japanischen Langstreckenmeisterschaft zum ersten Mal seit 1985 wieder in Hockenheim gastieren. Porsche 956, Jaguar XJR, Sauber Mercedes, Gepard C88, Nissan RK7, die ganzen legendären Voliden der goldenen Epoche des Langstrecken-Sports sind dann auf dem Hockenheimring wieder zu Gast. Ein Star-Aufgebot von knapp 20 Gruppe C-Autos aus der goldenen ERA gibt es in einem Schild. Am letzten Augustwochenende vom 27. bis zum 29. August der Gruppe C Supercup auf dem Hockenheimring wird dann das neue Aushängeschild des Bosch Hockenheim Historik. Die Reheareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Untertitelung des ZDF, 2020